Verkaufe niemals etwas, das du selbst nicht kaufen würdest. Mit dem Zitat fangen wir einfach mal dieses Video an und zwar dreht sich heute tatsächlich mal alles um ein super uninteressantes Thema und zwar Dropshipping. Ist einfach so ein Thema, wo viele Leute immer an mich herankommen und mich fragen, Niklas, warum machst du eigentlich kein Dropshipping, warum machst du Amazon, warum Amazon und ansonsten eben Shopaufbau, warum kein Dropshipping, warum macht ihr kein Streckengeschäft, es geht auch viel schneller, ihr müsst nicht so viel Geld investieren und so weiter und so fort. So und die Antwort darauf ist relativ klar und ich möchte es einfach mal in dieses Video hier fassen, um verständlich mitzuteilen, warum Dropshipping nichts für mich ist und sicherlich für manche Leute interessant sein kann, aber nicht für irgendjemanden da draußen Interessantes, der langfristig ein richtiges Unternehmen aufbauen möchte, ein seriöses Unternehmen aufbauen möchte, der sich nicht nur das Ziel gesetzt hat, kurz mal irgendwie Geld zu verdienen, beziehungsweise vielleicht auch mittelfristig mal so ein ganz bisschen Geld zu verdienen, sondern echt für Leute, die sagen, hey, ich baue ein Unternehmen auf, ich möchte es langfristig aufbauen, ich möchte damit nicht nur irgendwie passiv nebenbei Geld verdienen, sondern ich möchte wirklich reich werden. Und ja, greifen wir mal zurück auf das Zitat ganz am Anfang, natürlich, jeder sollte Dropshipping mittlerweile kennen, für die, die es nicht kennen, sieht es sozusagen so aus, dass man sich rein um den Vertrieb von Produkten kümmert, aber nicht seine eigenen Produkte verkauft, sondern die Produkte diverser Hersteller, die ganz egal wo sitzen können, in der EU, in Asien, in den USA, wo auch immer und sozusagen, wenn du eine Internetseite aufgebaut hast und jemand kauft auf dieser Internetseite, dann wird bei dem Hersteller sozusagen so eine, ja, Order sozusagen ausgelöst und der schickt dann dieses Produkt zum Kunden, der bei dir bestellt hat. So, und ja, der Vorteil ist, dass du sozusagen die Ware nicht im Vorhinein kaufen musst, du hast also nie eigene Produkte, viele Leute sagen, du darfst kein eigenes Produkt haben, es gibt kein Unternehmen der Welt, was börsennotiert ist, glaube ich, was keine eigenen Produkte hat. Nur mal, by the way, ist vielleicht der erste kleine Impuls, warum das sinnlos ist. Ich sage mal zum Beispiel, ich sage das immer ganz gerne, wer macht das große Geld, wer macht das kleine Geld? Es gibt den Versicherungsmakler und es gibt die Versicherung. Wer macht mehr Geld? So, natürlich die Versicherung, weil die haben das Produkt. Also der Versicherungsmakler ist immer angewiesen auf die Versicherung, der ist angewiesen, der muss die Kunden sozusagen kümmern, die Versicherung macht letztendlich kaum was, sondern die kümmert sich nur darum, dass es eben Leute gibt, die ihr Zeug verkaufen. So, die sind smart. Nichts gegen Versicherungsmakler an der Stelle, habe einige Freunde, also es ist nichts Strafbares. In dem Bereich, wie auch immer, bleiben wir beim Thema. Der Punkt ist einfach der, dass es aus unternehmerischer Sicht erstmal sehr unsinnvoll ist, kein eigenes Produkt zu haben, weil wenn du kein eigenes Produkt hast, dann hast du halt auch viel weniger Macht und viel weniger Kontrolle darüber, was du letztendlich verkaufst. Und dann der zweite große Punkt ist, bevor man ein Unternehmen startet, ganz egal was, solltest du dir immer überlegen, wer ist später mein Kunde? Und warum sollte man bei mir kaufen und würde ich selber bei mir kaufen? Jedes große Unternehmen ist so entstanden, aus Leidenschaft. Ich sage mal beispielsweise Bill Gates, der hat sich nicht gedacht, yo, ich verkaufe jetzt irgendwie Computer. Er hat sich gedacht, wie geil wäre es, wenn es so einen Computer gäbe, den würde ich selbst gerne haben. Deswegen wird es auch Millionen von anderen Menschen da draußen geben, die ihn haben werden. Wenn du jetzt Produkte online verkaufst oder wenn du als Kunde online einkaufst, wo kaufst du Produkte ein? Wartest du gerne irgendwie drei Wochen oder zwei Wochen darauf, dass deine Produkte da sind? Bestellst du gerne Produkte auf Wish oder sowas, direkt aus Asien oder direkt aus China? Fragezeichen. Ich glaube nicht. Zumindest ist es bei mir so. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, für den das in Ordnung ist und der, der sich, keine Ahnung, das Produkt für 20 Euro nicht leisten kann und deswegen sagt, hey, ich bestelle mir eins auf Wish für 12 oder 11 oder sowas. Kann ja sein, aber der Großteil der Leute gehört nicht dazu. Das ist auch der Grund, warum eine Plattform wie Amazon beispielsweise deutlich größer ist als eine Plattform wie Wish oder warum, sage ich mal, der Endverbraucher zu Aldi geht und nicht beim Bauern nachfragt. Aber das Witzige ist, bei Dropshipping scheint das ja alles so gut zu funktionieren, weil die Kunden sozusagen da sind. Aber das ist sozusagen der erste Punkt, den ich mich immer fragen würde. Hey, auch wenn man gerade mal mit Blick in die Zukunft schaut, ist es sinnvoll, Produkte zu verkaufen, wo der Kunde einfach dadurch, dass es eben vom Hersteller erst geschickt werden muss, sehr, sehr lange braucht, bis es beim Kunden ist. Oder gibt es einen Grund dafür, dass eigentlich alle großen Online-Marktplätze und Speditionsunternehmen daran arbeiten, die Lieferzeiten immer kürzer zu machen. Ich habe zum Beispiel, ich habe mir gestern so ein kleines Werkzeug bestellt, das brauche ich heute. Jetzt hätte ich das natürlich auch irgendwo auf einem Shop kaufen können oder sowas, aber ich habe es natürlich bei Amazon bestellt, weil ich weiß, okay, es wird heute da sein. Und im Notfall ist es vielleicht mal einen Tag später da, aber ich warte ungern länger als zwei Tage auf irgendwelche Sachen, die ich brauche. Also, das ist Punkt eins. Punkt zwei, warum meiner Meinung nach Dropshipping nichts für wirklich Leute ist, die ein seriöses Unternehmen aufbauen wollen, ist der Punkt, dass das steuerliche Thema, gerade bei dem, was man so sieht, auf YouTube sehr, sehr kurz kommt, was sehr schade ist, weil alle sich natürlich immer freuen, gerade die Leute, die jetzt eine Unternehmung anfangen wollen, hey, da muss ich vielleicht nicht so viel Steuern zahlen oder ich kann irgendwie Steuern sparen. Ich würde, egal was ich geschäftlich tun würde, mich niemals versuchen mit dem Finanzamt, am Finanzamt vorbeizukommen, weil das schafft keiner. Ich kenne Leute, die haben Unternehmen aufgebaut, teilweise sogar erfolgreich und drei oder vier Jahre später bei einer Finanzprüfung sind die richtig am Arsch gewesen. Ist auch kein Wunder, wenn man irgendwie über China direkt Importe macht von einzelnen Produkten, die in irgendwelchen anderen Lieferungen dann so mit dabei kleben. Kann man sicherlich auch ordentlich machen, wird aber oft, muss man auf jeden Fall darauf achten, dass das alles korrekt ist. Also wer zum Beispiel sich darüber Gedanken macht, einen für Umsatzsteuern nicht zu bezahlen, aber wer sich darüber Gedanken macht, wie man die Umsatzsteuer an sich irgendwie umgehen kann. Yo, Leute, Unternehmertum hat viel mit Seriosität zu tun und ihr werdet Steuern bezahlen. Es ist einfach so, es ist auch nichts Schlimmes, wenn man genügend Geld verdient. Zweiter Punkt ist Thema Import von Produkten, die in der Europäischen Union nicht verkauft werden dürfen. So, und das würde ich jetzt einfach mal schätzen, sind ungefähr 100%. Das dürfte richtig sein. 99%, sagen wir mal 99% aller Dropshipping-Produkte würden in Deutschland den Produktstandards nicht entsprechen. Es gibt, so wie in jedem Land der Welt, bestimmte Standards für bestimmte Produkte, beispielsweise, sagen wir mal, so ein Telefon, das muss bestimmte Standards erfüllen, beispielsweise das Material, die Chemikalien da drin verbaut sind, irgendwelche Plastikstoffe oder irgendwelche Chemikalien. Man muss sich ja vorstellen, all das besteht ja aus Chemie. Plastik ist ein chemisches Produkt letztendlich, genauso wie Glas oder diese Logo, Aluminium und so weiter und so fort. Das wird alles irgendwo hergestellt und da gibt es bestimmte Reglementierungen, was da wirklich drin sein darf und was eben nicht. Dann zum Beispiel bei sowas wie Elektro-Produkten gibt es Sicherheitsvorkehrungen. Wie hoch dürfen die Spannungen sein? Oder bei einem Autoreifen zum Beispiel oder, keine Ahnung, bei einem Helm. Der muss bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen, damit der in Deutschland verkauft werden darf. Und das musst du nachweisen können mit Papieren, mit Tests, die zu diesem Produkt gemacht worden sind. Und wenn ich Dropshipper frage danach, hey, wo sind die Sachen, dann wissen die meisten nicht mehr, wovon ich spreche. Das ist schon wieder so ein Zeichen, wie fucking unseriös das ist. Und das interessiert die immer so lange nicht, bis mal irgendjemand an die Tür klopft und fragt. Und das bin dann nicht ich, sondern das ist dann das Gewerbeaufsichtsamt oder irgendwie sowas. Und dann hast du halt ein Problem. Gerade auch mit den neuen Verordnungen, die jetzt 2021 in Kraft treten, auch die neue Zollverordnung und so weiter und so fort. Ist es einfach so, dass man, klar, mit Dropshipping sicherlich Geld verdienen kann. Sonst wird es ja wahrscheinlich niemand machen. So ist es nicht. Es wird sicherlich ein deutlich kleinerer Markt sein, als jetzt Marktplatzgeschäft über Amazon oder einen seriösen eigenen Shop aufbauen. Das hat übrigens nichts miteinander zu tun. Mal ganz klar. Ein seriöses Unternehmen baut auch Online-Shops auf. Ist es nicht so, dass alle nur über Amazon verkaufen. Aber nur wenn man einen Online-Shop baut, muss das nicht heißen, dass man Dropshipping macht. Apple hat auch einen eigenen Online-Shop. Die machen auch kein Dropshipping. Jede Marke hat ihren eigenen Online-Shop. Das ist ja auch sinnvoll. Aber die machen trotzdem kein Dropshipping. Also das vielleicht einfach mal ein bisschen zum Nachdenken für die Leute, die sich da mit beschäftigen. Und klar, es gibt auch bestimmt irgendwelche Vorteile, die für Dropshipping sprechen. Aber eben in diesem Bereich, wo man sagt, ich will was seriöses, langfristiges aufbauen, würde ich mich einfach immer fragen, hey, als Kunde, wo kaufe ich ein? Wo kaufe ich selbst meine Produkte ein? Und wo will ich dementsprechend auch verkaufen? Auch moralisch gesehen, das ist so der Typ, der durch die Gegend geht und an die Tür klingelt und dir sagt, hey, er möchte dir Solarzellen oder sowas verkaufen, die er auf dein Dach packt, aber selbst keine zu Hause hat. Die werden nicht erfolgreich werden. Die verdienen vielleicht mal ein paar tausend Euro, die werden niemals erfolgreich werden, weil sie einfach nicht hinter dem Produkt stehen. Die kaufen es nicht mal selbst. Das ist zum Beispiel witzig bei uns. Die Hälfte der Mitarbeiter bei uns im Unternehmen sind selbst Kunden. Das ist einfach geil. Die sind selbst Kunden. Ich nutze meine Produkte, meine Produkte, die ich teilweise verkaufe auf Amazon, selbst. Und ich habe Freunden, denen ich die zu Weihnachten schenke oder meiner Mom zum Geburtstag oder unseren Nachbarn. Einfach, weil die geil sind. Also wenn du ein Unternehmen aufbaust, musst du schon hinter dem stehen, was du da machst. Sonst wirst du auch, das ist eben immer das Ding, dann machen die Leute mal drei, vier Monate, da verdienen mal so 2.000, 3.000 Euro. Das hat nichts mit, das ist nicht geil. So, du willst nicht Unternehmen aufbauen, um mal 2.000, 3.000, 4.000 Euro zu verdienen, sondern du willst ein richtiges Business aufbauen, was dir so viel Geld einbringt, dass du nicht mehr weißt, wie du es ausgeben kannst. Langfristig. So, und dafür musst du was aufbauen, was einfach funktioniert und was Zukunft hat. Weil es bringt nichts, jetzt nicht tausend Tage damit auseinanderzusetzen, wenn du ein Job schicken, ein Business aufbaut und dann bist du da zwei Wochen dabei und merkst, dass alles, was du da tust, eigentlich illegal ist. Oder nicht ganz legal oder jetzt schon gar nicht mehr funktioniert, weil auf einmal der Zoll sagt, hey, pass auf, ihr ganzen komischen Kleinimporteure, ihr Streckenverkäufer, lasst uns in Frieden mit euren Produkten. Wir verzollen jetzt alle euer Zeug. Gibt es viele Punkte, gibt es viel zu sagen, abschließend ganz, 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 ganz deutlich aus den Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, aus den Erfahrungen, die ich bei anderen Leuten sehe. Wenn du sagst, hey, ich will ein Unternehmen aufbauen, 2021, Onlinehandel ist ein riesiger Markt, der wächst. Ja, Dropshipping wird wahrscheinlich sogar auch wachsen, das ist wie ein Flugzeug, wenn das Flugzeug nach oben geht, dann gehen alle nach oben, auch die Leute, die ganz hinten sitzen. Und wenn es runter geht, dann gehen auch alle Leute nach unten, auch Leute, die ganz vorne sitzen, die vielleicht so am extremsten, aber nur um das kurz darzustellen. Also klar, gibt es da auch Umsätze, weil diese Branche boomt einfach, aber langfristig muss man sich halt Gedanken machen, einfach mal logischen Menschenverstand einschalten. Ich glaube, da ist jeder Zuhörer hier bei mir auf dem Kanal in der Lage zu, wo bestellst du deine Ware? Bei einem richtigen Händler? Kaufst du lieber bei einem richtigen Händler ein, bei einem Unternehmen, was die Produkte innerhalb von einer moderaten Zeit zu dir nach Hause bringen kann, wo du weißt, dass du die zurückschicken kannst, wo du sie umtauschen kannst, wo es Bewertungen zu gibt, wo du schon deine Kreditkartendetails angegeben hast oder bei irgendeinem komischen Shop, der das aus China bestellt und nicht mal eine eigene Marke hat. Also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, sowas zu verkaufen. Es ist einfach so, ja, keine Ahnung. Ich habe einmal was bestellt tatsächlich in China, es waren solche Lampen hier für Studios oder sind leider nicht angekommen. Aber gut, da hat dann auch mal irgendein Dropshipper ein bisschen was an mir verdient. Das würde mich mal interessieren, wie viel Prozent der Produkte da ankommen und wie viel Prozent nicht ankommen. Wie auch immer. Ich hoffe, das war einfach mal ein guter Eindruck, auch einfach mal diesen Denkanstoß zu bekommen. Hey, klar, das hört sich super cool an. Ich muss kein Startkapital investieren, ich muss nur eine Website aufbauen und dann, ich habe auch keine eigenen Produkte, ich kann die ganze Zeit das wechseln. Natürlich, man kann alles immer so als positiv verkaufen, aber wenn man logisch darüber nachdenkt, dann ist es einfach nur Minus und Negativ alles, was damit zu tun hat. Selbst wenn da mal irgendjemand mit Geld verdient hat und auch sicherlich, das ist real, klar, das will ich nicht sagen, aber guckt, dass ihr was macht, was legal ist, gerade wenn ihr was Großes aufbauen wollt. Weil das Geld bringt, glaube ich, auch nichts, wenn das Finanzamt drei Jahre oder vier Jahre später bei einer Finanzprüfung mal vor der Tür steht und ihr einfach gar keine Ahnung von gar nichts habt. Keine Ahnung von den Steuern, keine Steuernachweise und so weiter und so fort. Habe ich neulich so ein witziges YouTube-Video gesehen. Ich habe nur die ersten 20 oder 30 Sekunden angeguckt, aber es hat schon gereicht zu checken, einfach was auch für Leute sich damit auseinandersetzen und Dropshipping anzufangen. Weil anhand der Daumen nach oben, die man gegeben hat zu dem Video, war klar, dass die Audience anscheinend ziemlich dumm ist. Weil das, was er in den ersten 30 Sekunden gesagt hat, ist, jo, es gibt kein besseres Geschäftsmodell als Dropshipping, weil du brauchst nicht mal einen Steuerberater dafür. Gut, an der Stelle hoffe ich, das Video hat euch gefallen oder vielleicht auch ein bisschen Entertainment. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Tagen oder Wochen, je nachdem, wo ihr mich verfolgt, über YouTube, über Spotify, über iTunes, ganz egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Fragen habt, gerne immer schreiben, entweder über Instagram oder über YouTube in die Kommentare. Geht auch für diejenigen, die es jetzt über die Podcast-Plattform hören. Und ansonsten, wenn du Interesse hast, dir ein richtiges Business aufzubauen, ein richtiges Unternehmen, ein seriöses Unternehmen, wo du einen Steuerberater brauchst und wo du auch Geld investieren musst, dann kannst du dich gerne mal bei uns melden und dir ein Erstgespräch bei uns buchen. Dann gucken wir mal, dass wir das Ganze auf eine andere Art und Weise angehen und dass wir am Ende des Tages dann auch Ergebnisse haben. Alright, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war wieder eine Folge der Podcast-Serie zum Wolf, direkt aus dem Herzen der Hauptstadt. Konntest du heute etwas lernen und hat dir die Folge gefallen? Dann war das erst der Anfang. Wir haben bereits 200 Unternehmen dabei geholfen, sich auf der größten Handelsplattform der Welt in nur drei bis sechs Monaten ein erfolgreiches Business aufzubauen. Wenn du mehr willst vom Leben und mit uns zusammenarbeiten willst und dein Business erfolgreich aufbauen möchtest, bewirb dich unter fbaunstoppable.de Ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder. Abonniere dazu den Podcast und schaue dir in der Zwischenzeit unsere Videos auf YouTube an. Du findest uns dort unter Niklas Spehlmeier. Viel Erfolg! Viel Erfolg!